Hi Leute, weiter geht's bei meinem 25 Abonnenten-Special. Wir sind hier immer noch in meinem Bahnhof drin. Lufthaus haben wir fertig. Äh, was war hier drin? Äh, äh, ach genau, die Monsterfalle. Fertig. Gehen wir weiter. Hier ist nix drin. Tja. Ganz schön scheiße. Naja, es liegt einfach nur daran, weil ich zu faul war. Da hab ich noch zwei Sachen gehabt und dann hatte ich keinen Bock mehr noch was hier reinzubauen, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Deswegen überspringen wir das Ganze mal und gehen hier hin. Und hier hängen auch wieder Schilder. Zum Baumhaus. Ach ja genau, ich hab mir schon TNT gemacht, weil, keine Ahnung warum, grad Lust dazu gehabt hab. Egal, gehen wir zum Baumhaus. Oh Gott, leck das. Okay. Und wir sind bei meinem krüppeligen Baumhaus. Das sieht so aus. Es ist sehr unsymmetrisch. Also, tja. Das ist mein Baumhaus. Und was soll man dazu sagen? Hm. Keine Ahnung. Egal, ich hab mir 25 TNT gemacht. Zeig euch einfach mal ein bisschen. Ich hab's, naja. Hier hab ich einen kleinen Bug. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hier hab ich Zäunen gepflanzt, aber man sieht sie nicht. Aber egal, auf jeden Fall, geht's hier hoch zu meinem Baumhaus. Oh, nicht runterfallen. Da rein. Das ist hier eine kleine Craftingbox. Dann geht's hier hoch. So eine Aufsichtsplattform zum Schloss und dahin. Und dann kann man hier noch nach oben gehen und auch noch ein bisschen rumgucken, was man will. Egal. Tja, wie gestalte ich das Ganze denn jetzt? Ah, ich hatte ja was vor. So. Oh, ich Idiot. Hm. Dumm, 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 dumm. So, so. Ein bisschen hier. Ah, jetzt sieht man den Zaun. Cool. Okay, TNT, du bleibst da. So. Ein bisschen TNT. Ein kleines bisschen. So, und jetzt hatte ich folgendes vor, dass da dies hier ein Baumhaus ist, wollte ich die Scheiß von oben anzünden. Bin ich hoch genug? Ah, von der anderen Seite wollte ich das machen. Tududum. Tududum. Hier, genau. Tududum. 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 Tudum. 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 Und schnell hier runterspringen. Und jetzt werden wir zuschauen. Und das genießen. Ist das nicht schön? Das Feuer breitet sich langsam aus und es explodiert. Äh. Okay, ich bin tot. Wie konnte das passieren? Wir waren noch voll weit weg gewesen. Nein. Och Gott, scheiße. Jetzt kann ich wieder ganz da hinlaufen. Woll ich... Ich meine, das war... Ja. Ja, ne, das ist das Lufthaus. Da ist mein Schloss. Wie man schon sieht, mit TNT gefüllt. Da ich euch das nicht antun will, dass ich das alles mit TNT stopfe. Weil das halt hyper-mega-lange dauern könnte. Hm. Ich muss jetzt eben gucken, wo ich das habe. Ach, Schafe. Da ist die Mon... Ah, genau. Ich weiß wieder, wo es ist. Ich bin so dumm. Kuh. Oh Gott. Ah, da vorne ist das. Meine ich. Latschen wir hier einfach mal durch den Krater durch. Da muss das sein. Hier habe ich versucht, eine zweite Monster-Falle zu bauen. Das ist aber nichts geworden. So, Baumhaus, wo bist du? Baumhaus? Ist das das Baumhaus da? Das da? Ich gehe in den Bahnhof. Dumm-di-dum-di-dum. Zum Baumhaus. Oh, ich muss einen Baum-Bomb-Essen. So. Lecker. Lalalalala. Baumhaus, wo bist du? Tja, das ist ein sehr tolles Baumhaus. Sehr geräumig. Das ist davon übrig geblieben. Ja. Ja. Nett. Okay. Da ich jetzt keine Mine-Card habe, zeige ich jetzt einfach so den Weg zurück. Warte. Warte. Also, das ist richtig. Dumm-di-dum-di-dum. Hm, 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 hm. Rechts-Kurve, links-Kurve, keine Ahnung, was für eine Kurve. So, und hier kommt's wieder an. Und im nächsten Part geht's zum Schloss. Und hier ist ein Deck, keine Ahnung was. Im nächsten Part geht's zum Schloss. Ich beende dir den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde mir wieder ein bisschen TNT machen. Ein paar, ach, ein Mine-Card holen. Ja, dann. Bis zum nächsten Teil von meinen 25 Abonnenten. Bis zum nächsten Teil von meinem 25 Abonnenten. Bis zum nächsten Teil. Tschau.